Willkommen zurück beim Let's Play Halo 2 Wir sind immer noch dem immer noch dem Angriff der Allianz ausgeliefert Oh 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 Ich denke die laden jetzt schneller dann lad doch mal hinne Geht doch Los So alle platt Ist das die Bombe? Ich muss in Ihren Kopf jetzt Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht Kairo hier ist in Ember's Land Transporter Schild ausgefallen bin in Position bereit für sofortigen Angriff Negativ Commander nicht bei einem Schiff dieser Größe und nicht allein Ja Erlaubnis die Position zu verlassen Zu welchem Zweck Master Chief? Um der Allianz die Bombe zurückzureden Erlaubnis erteilt Ich weiß was sie denken das ist verrückt Gut bleiben sie hier Leider muss ich ihnen sagen Ich mag verrückte Nur noch eine Frage Was wenn sie scheitern? Wehr dich nicht Wär dich nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na klar, wie immer Gute Arbeit La 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 Muni 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 mun Jetzt wissen die mit Sicherheit, dass wir hier sind Das sollten sie ja Ja, da kommen sie Da ganz oben Oh Oh Sag mal Sag mal Das war ich Gives doch gar nicht Ich hab ihm alles beigebracht, was er kann Ich hab ihm alles beigebracht, was er kann Oh, hat er lebt noch? Verdammt Tja, wusste ich doch, dass du hier steckst Tja, wusste ich doch, dass du hier steckst Ah, da geht's hoch Bin schon unterwegs Aber das bringt mir auch nischt Muss ich die Position halten hier, oder was? Da sind Schakale im Hof Wat? Sehen Sie? Ich sagte doch, nicht schießen Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil, du Ars Es ist weg Guter Schuss Bastard Wuss Von wo? Verdammt Körler! Die vorne über die Dächer! Ist der tot, oder lebt er noch? Hey! Na komm raus. Komm, putt, 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 putt. Tja. Vorsicht! Ähm... Augen auf! Der Wahnsinn ist zurück! Wer? Ach du Kacke! Passt ab! Information bleiben! So, gut. Kann ich wieder ans Gewehr. Oh, oh. Unser Schild ist ja fast unten. Ein Mädchen ist so groß für den Ingethof Sartridge. Ich sehe eine brauchbare LZ auf der anderen Seite dieser Gebäude. Dort treffen wir uns. Over! Verstanden! Sprengladung am Tor anbringen! Oh, oh. Muss ich jetzt noch was machen? Oh, oh. Oh, oh. Die liebe ich ja noch. Los, los, los! Yeah! Zweites Quot, hier spricht Cortana. Den hatte ich genau im Visier, Sir! Einsatzfähig, man! Einigermaßen! Unsere Piloten sind tot! Verschlägt euch und bleibt dort. Wir holen euch! Angriff! Schlimmer als Schakane sind nur Schakane mit Schauschützen gewehrt! Bringt sie zur Strecke! Löchnt sie aus! Oh, oh. Ja, das ist weg. Gut. Getschen! Sergeant, ich brauch' Sie auf dem Vogel. Ma? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Sie brauchen tauglichen Geleitschutz. Hey, schön was haben! Verstanden! Ich kümmere mich drum! Chief, viel Glück! Was? Wobei? Okay, wie ist die Lage? Kann weitergehen, Amigo! Das hat richtig Spaß gemacht, Kumpel! Oh ne, nicht wieder Sniper! Keiner mag nie Sniper! Ich brauch' einen Sahne-Igel auf ihm! Au! Mann, wo denn? Aaaaaah! So, ich glaube, das war's mit den Snipern. Was ist das? Strahlengewehr. Nice. Ich glaube, hier muss ich auch gar nicht lang, kann das sein. Cool. Richtig cool. Oh. Oh Gott. Oh 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 oh. Okay, ich brauch unbedingt ne neue... Oh shit. Scheiße. Bin ich doof, bin ich doof. Was bin ich doof? Was bin ich doof? immer diese verdammt falsche taste absturzstelle ist jenseits dieses hotels chief ihr wimmelt es von allianz folgen sie mir ich will die waffe geht doch keine muni verdammt so und hier machen wir wieder in folgen politischen spitze bedanke mich bis dann